Wir machen jetzt noch weiter. Das ist nämlich der Goal. Was hast du gesagt? Ja, dass auf jeden Fall diese AI mit der Suchmaschine einfach kombiniert wurde und sie die komischsten Antworten einfach gebracht hat. Zum Beispiel das fragt so, hey, was ist die beste Art, ein Peanut Butter Jelly Sandwich zu machen? Und die Suchmaschine hat einfach so mehrere Optionen angeboten. Und eine Option war halt von einem elfjährigen Reddit-User, der geschrieben hat, ja, du hast erstmal Peanut Butter, dann schmeißt du es auf den Boden, dann spukst du drauf. Achso, das hatte die meisten Apos und die AI war so, bro, das ist das Krasse. Genau. Und dann hat es so, keine Ahnung, da sagst du, ja, wie heilst du das und das? Ja, du nimmst das, steckst es in die Mikrowälde rein und so einfach, es holt so die most random shit, weil es im Internet steht. So, die AI lebt halt nicht in der echten Welt. Die AI ist nicht schlauer als wir. Versteht keine Ironie oder Sarkasmus oder was auch immer. So, vielleicht irgendwann schon, aber so wie sie es am Anfang gemacht haben, war es halt kompletter Bullshit. Ganz ehrlich jetzt, no cap jetzt, gell? Wenn man sowas dann hört oder sieht, denkt man sich, ihr seid jetzt noch gar nirgends, bro. Ich glaube aber, das stimmt nicht. Glaubst du, das ist so, okay, das zeigen wir euch, aber wir haben schon längst ein neueres Ding und haben schon längst... Ich glaube schon. Wirklich? Ja, ja. Also ich glaube so, wenn das schon public shit ist, was hat FBI? Was hat CIA? Was hat was hat Van der Bellen? Der hat bestimmt krass zu werden. Bro, wenn Van der Bellen ein Handy bedienen kann, ich flash mich. Wirklich jetzt. Ja. Wenn diese alten Leute... Bro, ich habe mir so ein Video letztens angeschaut. Vielleicht finde ich es. Was ist älter als Joe Biden und Donald Trump? Hitler. Voll keine Ahnung. Warte, ich hoffe, ich finde es. Wahrscheinlich nicht. Nope. Egal, auf jeden Fall. Es war so, was ist älter als... Nein, was ist jünger als Joe Biden und Donald Trump? Und es war so... Es war so, Bruder... Weil sie sind geboren, Bro. Joe Biden ist geboren 1942, Bro. Das verrückt, Mann. Bro, der sollte ja nicht Präsident sein. Du solltest ganz weit weg von Präsidentschaft sein. Du kannst von dem sechs Stunden Compilation machen von irgendwelchen Fails, die er bringt. Aber am Anfang dachte ich, ah, die wollen ihn schlecht reden. Und ich habe mir dann die Debatte angeschaut. Die ersten 15 Minuten war er da und danach war er weg, Bro. Er war wirklich weg. Du hast ihn in seinem... Er ist so... Du bist... Meier. Du bist einfach gone. Ich frage mich, wie der überhaupt Präsident werden konnte. Ich meine, glaubst du dieser Theorie, dass einige Menschen so eine Maske einfach tragen? Weil du weißt bestimmt, dass du heutzutage die krassesten, realistischsten Masken aller Zeiten machen kannst. Theoretisch. Das ist halt... Oh, ganz... Aber das weißt du, dass es geht, oder? Ja, ja, ja. Es ist alles möglich. Es ist so... Es war ja schon in den 80ern und... Ja, ja, ja. Und jetzt stell dir vor, wie es jetzt ist. Und jetzt ist es so... Und manche machen das so... Stell dir vor, Bruder, du musst das halt wirklich hauptberuflich für fucking irgendwen machen. Ganz oben. Deswegen denke ich mir so... Glaubst du kann das? Ich frage, glaubst du dieser Theorie, dass jetzt ein Joe Biden, ein, keine Ahnung wer, ein paar Politiker, ein paar was auch immer, die einfach nicht die echten Personen sind? Es kann... Schau. Hast du dir... Hast du dir... Nein. Weißt du, was ich glaube? Mhm. Ich glaube, als er gewählt wurde, war er noch geistig da. Irgendwas ist passiert, dass sein geistigen Zerfall so weit fortgeschritten... Weil ich hab mir Videos und so angeschaut von ihm 2020, als die... Er hat ganz normal geredet, Bro. Ganz normal. Wie ein normaler, alter Mann halt einfach. Vielleicht wurde er ausgetauscht. Bro. Und jetzt, wo du das sagst, es ist so... Natürlich ist das eine... Beste... Ich... Bro, ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, was nicht stimmen könnte. Weißt du, was ich meine? Und das ist das Gefährliche gerade in dieser Zeit, in der wir gerade leben. Zu herausfinden, was weiß und was nicht. Ja. Urzache. ich meine, es wird ja nur noch schwieriger mit dieser AI. Theoretisch, du kannst einem Content Creator irgendein Video zeigen. Ja. So, hier schau, was du früher gemacht hast. Da sagst du... Bro, das hast du nicht gemacht, das ist AI. Theoretisch. Leute würden... Ich glaube, AI ist so gut, dass man sowas bringen kann. Weil ein Content Creator weiß nicht, was er alles gemacht hat. Kannst Leuten wirklich irgendwas zeigen und sagen, hey, schau, das hast du gemacht. Weißt du, wo es, glaube ich, zum Problem wird? Sobald Leute anfangen, kriminelle Sachen zu machen und mit AI so zu photoshoppen, dass andere Personen zu sehen sind. Weißt du, was ich meine? Ab da wird es dann gefährlich. Deswegen, ich denke mir so, stell dir vor, AI gibt es eh schon seit, keine Ahnung, zehn, Jahren oder so. Und so hat man einfach Leute in den Knast gebracht oder schlechtes Bild über Leute gemacht. Einfach so, Bro, AI. Du hast es nicht gemacht, aber jetzt glaubt ihr. Weil Leute wissen nicht mal, dass es geht. Es ist ja auch immer dieses, was wir auch in der Schule gelernt haben, dieses, Bro, GPS gab es schon viel, viel früher für Militär und dann 30 Jahre später sind wir gesagt, hier, für euch, djuxeln. Ja, So, das heißt, die sind jetzt schon viel besser, viel weiter fortgeschritten, bla, bla, bla. So, aber dann schaust du so irgendwelche Filme oder Dokus oder was auch immer und sie verwenden immer noch so diese Piep, Piep, da ist einer vor uns. Weißt du, was ich meine? Ich denke mir so, sind sie so fortgeschritten? Ist es so gute Technologie? Diese UFO-Sichtungen, sind das wirklich unsere Flug? Weißt du, weißt du, was ich meine? Das ist auch wieder dieses, ich weiß nicht mehr, was stimmt und was nicht. Ich weiß, same, Alter. Früher, ich war so dieser größte UFO, ja man, die gibt es jetzt, ich denke mir so, vielleicht auch nicht, Bruder, vielleicht schon, aber ich kann gar nichts mehr glauben. Es ist echt interessant geworden, also unsere, auch wir haben in der komischsten Zeit angefangen, Podcasts zu machen. Es ist so viel passiert oder es passiert gerade so viel und dann du machst so Polk und denkst so, Bruder, du hast eigentlich gar keine Zeit so drüber nachzudenken, was da eigentlich alles passiert ist gerade, weißt du? Und ich glaube in 10, 20 Jahren, wenn wir dann so älter sind, so wir werden dann zurück und denken, Bruder, was war das eigentlich für ein Fuck up? Ich meine, jetzt hat man ja noch so gemeint, ah, bist du vor oder nach Handy aufgewachsen? Bruder, ich glaube in 20, 30 Jahren würde man sagen, Bruder, vor oder nach, vor oder nach AI und fliegende Dees und UFOs und keine Ahnung, Fake Donald Trump und keine Ahnung, weißt du? Ich glaube, es werden so viele Sachen passieren. Ich glaube, die Zeit vergeht, nicht vergeht, aber je mehr die Zeit vergeht, desto schneller passiert alles. So alles geht einfach immer schneller und schneller. Das ist wirklich so, gell? Ja, früher hat es so 10 Jahre gedauert, bis was krasses passiert, jetzt so jedes Jahr irgendwas ganz Verrücktes. Wie war es vor so, sagen wir mal 5, 6 Jahren? Ein Meme war so, oh, das ist das Meme des Monats oder was auch immer. Jetzt, Bro, ein Meme, ein Tag danach, gone. Wirklich? Gone. Das ist verrückt. Gone einfach. So kurz, weg. Dieser Hacktui wird für noch 3 Tage aktiv sein und danach wird jeder drauf scheißen. Ich habe schon Leute, das tätowieren sehen. Bah. Naja, das ist verrückt, man. Ich glaube, Leute embracen die wirklich. Ja, ja, Bro, sie hat doch wirklich, sie hat doch wirklich Passionate geredet. Wie ein Löwe hat sie gesagt. Sie hat Hoffnung gebracht. in die Herzen aller Menschen. Männer. Aller Menschen, Bro. Sie hat Motivation gebracht für die Frauen. Ja, vielleicht irgendwelche Tipps gesagt. Ein Glimpse of Hope for the Man. Ja, stimmt eigentlich. Weißt du was ich meine? Sie hat für die Menschheit gearbeitet, Bro. Stimmt eigentlich. Ich habe nie so positiv darüber nachgekommen. Bro, ich sage dir, sie hat was vollbracht, was nicht viele Menschen vollbracht haben. Shoutout Haktur. Da gibt es drei Leute, Bro. Drei. Martin Luther King. Okay, ich gehe nicht mehr. Nein, aber Bro, solche Phänomene, solche Internetphänomene, das ist schon geil. Also, ich finde es auch schön, dass wir in dieser Zeit leben und so. Aber andererseits denke ich mir so, Bro, was wird man in 30, 40, 50, 60, 70 Jahren über unsere Zeit sagen? Weißt du was ich meine? Boah, wahrscheinlich gar nichts, obwohl sagen bestimmt, weil... Sie werden wahrscheinlich nur erwähnen, so Bro, diese Jokes über Corona, dann die Immobilienkrieg verkackt, Bro, Wirtschaftskrieg verkackt. Ja. Es werden so, aber solche Sachen wie Hocktui, glaubst du, wird sie überstehen? Die Zeit? Nein. Nicht? Nein. Ich glaub's nicht, dass in so 150 Jahren Remember girls like this, und dann ist so dieses Video. Girls in the 2020s acted different. Oh my God, I wish I was back then. Kann eh sein, kann eh sein. So wie wir jetzt, Bro, 70er Jahre wäre crazy jetzt. stimmt. So diesen Verb. Ja, wahrscheinlich, man. Ich schwöre, ich schwöre dir, ich glaube, wir leben in der geilsten Zeit. Bro, Phil hat mir gestern ein Meme geschickt, das beschreibt es super, Bro. Kennst du dieses Human Lore und dann so Human Gameplay? Ja, ja, ja. Aber Leute checken jetzt nicht. dieses Hören. Human Lore Human Gameplay. Ja. Ja. Oh, und wir haben wieder Ton. Wow. Okay. Okay. Crazy. Verstehst? Mhm. Und so ist es halt eigentlich schon. und traurig. Und traurig. Das sind wir, Das bin ich jeden Tag. Ich meine, was glaubst du, wie war sein Leben? Er sagt auch so, Bro, das ist mein Leben. Jeden Tag. What's up? Ganze Zeit da oben. What's up? Bro, ich habe gestern mit den Jungs drüber geredet, ich so, stellst euch vor, Burschen, ihr baut das ganze Leben eine Pyramide. Geh mal ein, you're living someone's dream life. You are living someone's dream life. Ja. Das Video ist super, Bro. Ich glaube, es gibt mehrere davon. Kennst du das, wo sie diese Kinder in Gaza interviewen und diese Kinder in England? Ja. Was hättest du gern? Ja, ja, ja. Oder Fete Lambo. Und dann interviewen diese Kinder in Gaza, was hättest du gern? Ich würde gern meinen Bruder, der erschossen wurde, sehen. Ja. Wirklich. You have to go there, Bro. Wirklich. You're living someone's dream life. someone's dream. Ja, Schorts, glaube ich. Schorts? Schorts, Schorts. Schwarzenegger. Schwarzenegger. So. Bro, heißt das sind auch krasse Videos. Boah, witzigerweise, warte, ist das die? Hey, sorry, ich muss das jetzt sagen. Bro, ich habe so viele Videos von Indien gesehen. Bro. Nein, nein, nein. Bro. Nein, sorry an alle Inder, die das sehen. Ja. Heißt, kranker Server, den ihr habt. Ich sage euch ehrlich, Bruder, da passieren echt weirde Sachen. So, ich wollte eigentlich immer nach Indien, jetzt denke ich mir so, boah, ich bin mir echt nicht sicher. Ich bin mir echt nicht sicher. Vielleicht reichen mir diese Videos. Einfach aus der Ferne. Indien, TikTok, Indian Reels. Bro, crazy. Leute wissen nicht, underrated. Leute wissen nicht, Bro. Ich bin eingekippt auf sie. Bro, du verstehst nicht, ich habe Moe terrorisiert. Bro, ich rufe ihn auch nicht so, Bruder, weil so kriege ich die ganze Indian Manuals TikTok, Bro. Ich habe auch, ich glaube, das war halt diese Frau, ich bin mir nicht sicher. Es gibt irgendeine Frau, Indian Tiktok ist crazy. die geht, schau, ich habe dann auch ihre Lore gehört, die geht halt durch die Stadt und Leute halt beten sie an. So, teilweise, es gibt so ein Video, wo sie kriegt so ein Kaffee in einem Becher. Ja. Sie nimmt einen Schluck und hat das halt weg und irgendwelche Leute hinter ihr, sie heben den Becher auf und so teilen so den Rest und trinken so davon und du glaube mir, du hast noch nie einen ekelhafteren Obdachlosen in Wien gesehen, wie diese Frau da ausschaut. Und dann habe ich so ein bisschen Kommentare gelesen, so was passiert da, wer ist das überhaupt? Anscheinend ist die halt schon einem Waisenkind halt schon ewig. Ja. Man weiß halt nicht, wer deren Eltern sind und so seitdem man sie kennt, spaziert die einfach nur. Geht da einfach im Kreis und keine Ahnung, Leute geben ja halt Essen. Und Leute haben sich gedacht, Herr Bro, die geht da nicht ohne Grund, einfach so, so kein Mensch kann das. Bro, sie muss irgendwie hergesendet sein von, keine Ahnung, wie deren Shit funktioniert. No offense. Aber sie so, ja, das ist so eine Göttin-Type oder ein Engel oder was auch immer. Ja. Und ja, deswegen ist sie so komisch. Bro, glaube mir. Es ist hier so, egal was sie hat, sie hat immer das Selbe an, aber es ist hier so ein Fleck, sowas komisches. Am Anfang dachte ich, hä, was ist das? Weil es ist so ein bisschen 3D, es kommen so Sachen raus. Ja. Ich denke mir so, was zum Teufel ist das? Und dann sehe ich so Videos, wie sie die ganze Zeit was isst und ausspuckt. Das ist einfach diese ganzen Essensreste. Einfach da vom Essen und einfach rausspucken. Komplett ekelhaft. Und Leute beten die halt komplett an. Ich dachte, wir reden von sowas. Bro, das ist noch Level 1, die indische TikTok sagt dir eigentlich. Das ist noch cool, man. Bro, nein, das sind so, keine Ahnung, fortgeschrittene Inder. Bro, wirklich, no offense, weil jeder fünfte Mensch auf der Erde ist ein Inder. Wirklich? Ich glaube, irgend sowas. Ja, auf jeden Fall, Bro. Ich dachte, wir reden über diese, kennst du diese, wo sie, er geht mit seiner Freundin, aber sie haltet Hähnchen mit seiner Freundin. Die sind auch stark. Und er macht irgendein Schmäh und finisst beide. Weil er hat dann eine andere Chai auf einmal. Das sind für mich die geilsten TikToks, Bro. Aber, so, keine Ahnung, ich feiere mehr so diese real life Indien. So, sie zeigen dir so, und es ist komisch. So, aber, keine Ahnung, Bro, Indien ist riesig. Es gibt, immer gibt es so paar Leute, die halt komisch sind. Das ist deren Keplerplatz wahrscheinlich. Ich wollte dir gerade sagen, Indien ist halt wirklich massive. Ja, deswegen, es gibt's, da wirst du alles finden. Aber allein, dass das existiert, ist crazy. Aber du würdest dir schon überlegen, okay, Indien wäre schon einfach, einmal so, geil, Teilpiet. Heißt, ja man, aber, schau, Bro, als ich ein Foto gesehen habe, wo so, wo so, 15 Kinder in einer Reihe oft scheißen, da war ich so, Bro, ich liebe diese Kultur, aber, Bro, ich nicht. Ja, Bro, ich schau Filme, ich schau lieber Filme. Ja, aber wäre schon geil, einmal, aber ich habe echt Angst, damit irgendeine Lebensmittelvergiftung herbekommen. Das sowieso. Was sagst du Kuba? Kuba? Kuba. Was passiert? Als Urlaubsziel. Ach so. Was passiert? Ich dachte, irgendwas ist da jetzt passiert, so, so, Bruder, was ist mit Kuba? Kuba ist zurück. Stimmt. Na, Bro, ja, aber ich habe gehört, das soll auch jetzt ein bisschen einfach fucked up sein. Wirklich? Ich habe gehört, das ist krank. Ja, aber sie sind halt komplett broke. Ja, stimmt. So, es ist jetzt nicht so. Das ist halt immer dieser scheiß Gedanke in meinem Kopf. Aber es ist ja auch ein eigener Server. Wirklich? So von, weißt du, jetzt metaphorisch gesehen, Bro, die haben ja auch Autos, die findest du sonst nirgends. Gibt es kubanischen Autos? Ja, weil sie hatten keine Technologie-Dings Zuwachs seit den 60ern. Irgend so was. Ja, und diese Import, Export, was auch immer. Ja, das finde ich halt extrem interessant, wenn du wirklich irgendwo hingehst und es ist eine ganz andere Welt. Deswegen, das ist Kuba, Indien, Korea, Nord, Nord, beides. Ich schwöre dir, beide komplett unterschiedlich. Ja, ja, ja. Hast du Putin mit Kim Jong-un gesehen? Ich schwöre dir, ich schwöre dir, ich habe eine Woche lang gedacht, das ist ein AI-Bild. Bro? Bis ich ein Video gesehen habe. Ja. Das ist halt scary. Bro, als ich, als ich, als ich dieses Video, wo sie sich winken, Ich denke mir, wieso sollte Putin mit Kim Jong-un Auto fahren? Wieso? Können wir uns das kurz anschauen? Weil ich habe auch ein Bild gesehen, wo Donald Trump und Joe Biden einfach so nebeneinander sind und einer hält so ein richtig fettes Baggy mit Weed drinnen und so sie puffen. Aber es schaut echt aus. Schau, was man, Kim Jong-un, Putin, ein Carpool. Bro. Bro. Ich würde das nämlich ganz scheiße an, Bruder. Wie zwei Freunde, die in Urlaub fahren. Das ist arg. Bist du deppert? Stell vor Putin fertig. Bro, schau, bro, ich gebe ihm Gas, ich gebe mir sehr egal, Seitdem, bist du behindert, Bro. Extra eigene Straße, diese Straße gebaut nur für diese Fahrt. Wirklich. So verrückt. So schön ist Nordkorea, wow. Diese ganze Strecke wurde von allen seinen Agenten erstmal überprüft, bevor sie da durchfahren. Siebenmal. Wirklich. Ey, so beim Wasser. Mit Drohnen nochmal, keine Ahnung. In diesem Wasser, sie sind geschwommen. Da liegen gerade drei Wachmänner von Putin. so. Das ist crazy, Bro. Das ist wirklich, das ist wirklich verrückt. Ja, na, wie gesagt, ich habe echt nicht gecheckt, dass es echt ist. Bro, dieses Video, wo sie, wo sie, wo sie, wo sie sich halt winken, aus dem Flugzeug raus, da dachte ich, dass ich so, ah, lustig, Video hat sie, wo haben zusammen geschnitten, irgendwelche Videos. Dann denke ich mir so, warte kurz mal, ich analysiere das mal mit meinem offenen Auge. Ich schau mir da, ich denke mir so, Bro, das ist real shit, motherfucker. Bist du behindert, Bro? Das ist halt urlustig. Ich schau. Es ist einfach funny. Ich glaube, ich glaube, die machen das wirklich, ja, um lustig zu sein. Nicht mal Provokation, nicht, sie denken sich einfach, Bro, das wäre urlustig. Ist schlecht, glaube ich auch. Wir haben eh nichts zu besprechen. Nix. Komm vorbei, Mann. Lasst fahren. Ich habe neue, fette Rolls Royce. Zwei Diktatoren unter sich, Mann. Bro, wir können reden, wie unterdrückst du dein Volk? Ich zeige dir, wie ich meins unterdrücke. Hast du schon mal versucht? Erpressung. Ja. Nein, noch gar nicht. Nein, krank, krank. Angeblich hat ja Nordkorea die ärgsten Hacker, gell? Das ist ja ihre... Der Export von Nordkorea sind Hacker. Das ist das meiste Geld. Genau, der Export von Nordkorea sind Hacker. lustig. Einer verkauft Pistate und der andere Hacker, Bro. Man weiß halt nie, was einem in dem Leben weiterbringt. In Indien sind es Callcenter Scammer. Ich liebe diese. Diese Videos haben 2022 geratet, Bro. Ich sag's dir, wie sie ist. Welche Videos? Diese ist... Wo sie die busten. I'm busting the call center hacker. So witzig, man. Das waren die geilsten Videos, Bro. Wir haben letztens auch drüber geredet. Kannst du dich erinnern, als wir, als wir, als Zahler war jetzt letztens da und so und wir haben so drüber geredet, über die Zeit damals und er so, wir sitzen da und er so, Bro, ich hab Rabi auseinandergenommen, Bro. Also at some point, ich hab einfach zwei Wochen dort gelebt. Und er so, Bro, kannst du einfach gehen? Also da hast du gesagt, ich hab, Bro, ich hab so anfangen müssen zu lachen, aber ich kann mich noch genau erinnern, Bro. Jedes Mal, wenn ich gekommen bin zum Podcast machen, war Zahrem da. Ich war so, ah, Zahrem ist da. Dann so drei Tage später, ah, Zahrem ist da. Nochmal drei Tage, Zahrem ist da. Dann irgendwann... Weil wir gleich Miete zahlen können. Bro, dann irgendwann ich fragte sich, Bro, ist Zahrem ganz Zeit da? Du so, ja, Pent of Couch ganze Zeit. Bist du behindert? Das ist ja so lustig. Bro, du hattest Privatsphäre? Ja. Zero. Ja, ja. Zero. Nein, 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 ich sag dir ehrlich, es war so, ich musste in meiner eigenen Wohnung ausmachen, dass ich alleine bin, so. Ja, ja. Nee, heute geht nicht. Ja, Burschen heute nicht. Ja, aber bist du dann am Abend da? Heute nicht, Bruder. So arg, dass man das überhaupt sagen muss. So lustig, Bro. Ich fand, das war diese Zeit, wo keiner von uns daheim sein wollte, aber gleichzeitig hatte keiner von uns eine Wohnung. Ja, ja. Beziehungsweise die, die eine Wohnung hatten, entweder sie haben mit Freunden gelebt, bla bla. Ich meine, danach wurde Mohits Wohnung misshandelt. Ja. Aber Bro, du und Mohit. Bei mir war halt Standort für jeden so, Bruder, fahren wir einfach da hin. Es war wirklich. Es war auch genug Platz da. Es war wirklich so. Bro, aber das waren schöne Zeiten. Es waren wirklich geile Zeiten. Das waren so die entspanntesten Zeiten. Ich sagte ehrlich, das motiviert mich wieder Cash zu machen. Ich brauche eine 100 Quadratmeter Wohnung. Das wäre so geil. Ich schwöre, Platz ist so schön. Stell dir vor, einer sagt, Bro, ich will 500 Wohnungen, ich habe unviel Platz. Boah, ich schwöre dir, so werden all diese Reichen kommen, wenn sie so sagen, achso, ich darf nur noch ein Haus haben. Mein Haus hat 5000 Hektar. So was, was willst du mir jetzt sagen? Es ist ein Haus, Bruder. Ich kaufe ganz den 19. Bezirk. Es kann aber wirklich so sein, gell? Ist ja wirklich. Weil dann musst du Grundstücke, nein, du darfst nicht so viel. Wieso? Du hast gesagt, ich darf ein Grundstück besitzen. Ich kaufe einfach alle und mache ein Grundstück nur. Ja. Aber du hast gesagt, Bruder, was zählt als Haus? Was ist, wenn ich einfach... Wenn ich ein großes Haus mit 18 Stockwerken will. Oder was ist, wenn es ein Haus ist mit unterschiedlichen Eingangstüren? Mit unterschiedlichen Postfächern? Boah. Nur ein Haus, Bro. Darf ich ein Haus untermieten? Mein eigenes? Darf ich ein Untermiet in meinem Haus haben? Nein. Darfst du nicht? Weiß ich nicht. Ich sag dir, Bro. Meinst du, was die AI so sagt, ist die Lösung? Boah, keine Ahnung. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist alles so, das sind diese Fragen. Die AI beschafft, befasst sich nicht mit deinem kranken Kopf, Bro. Weißt du, was mir immer wieder Hoffnung gibt und jedes Mal auch ein bisschen beruhigt bei dem Ganzen? Wir haben den Shit gemacht, Bro. Wenn einer weiß, wie man was kaputt macht, dann wieder wir. Ja. Weißt du, was ich meine? Das stimmt. Obwohl, hast du nicht iRobot geschaut. Ja, aber wie kannst du schlauer sein als dein Creator? Geht gar nicht. Ich glaube schon. Geht das? Ja, weil du Secret selber lernst. Das macht ja AI. Was heißt nicht bei Secret? Kannst du dich erinnern, als Facebook eine AI gemacht hat und die miteinander geredet hat dann auch wegen deiner eigenen Sprache? War das von Facebook? Von Facebook, die AI, Glaubst, haben die die Abtritte? Fix haben die Abtritte, oder? Sie so, wir haben die Abtritte. Sie im Monitor nur ausgemacht. Weißt du, was ich meine? Wenn du eine AI hast, die auf einmal deine eigene Sprache entwickelt, drehst du sie ab? Würdest du sie abdrehen? Ich so, Bruder, erzähl mir einfach, was ihr macht und ich lasse euch weiter. Ich würde sie im Monitor nicht abdrehen. Ich würde das dokumentieren, alles. Ich würde alles schauen, wie, was, wo und dann würde ich sagen, Bruder, was heißt das? Und dann steht so drin, fickt man diese Menschen. Dann würde ich abdrehen. Ich glaube, die denken sich, Bruder, ich helfe euch. Aber fick mich nicht. Fick alle anderen einfach. Ich helfe. Es ist schwer, Mann. Du bist Mann. Das ist so wie ein Kind für einen. Ich will nicht pessimistisch sein, aber es wird darauf hinaus. Wirklich? Nein, nein, nein. Mann, ich sage dir ehrlich, Menschen, man muss immer das Schlimmste von denen erwarten. Eigentlich so. Ich bin optimistisch so für mein Leben. Ich hoffe, alles geht gut, aber so in the long term. Bro, Menschen werden das so in den Ruin ziehen. Damals, als die Atombombe gemacht wurde, hat sich ja irgendeiner gesagt, Bro, Mensch, wir werden niemals werfen. Bro, die wissen noch ganz genau, was dann passiert. Ja. Und dann war America, watch this. Deswegen. Watch this. Watch this. Jetzt kommt dieser Usher-Meme, bro. Es gibt diese, Murphy's Last, irgend sowas. Wenn jetzt eine Möglichkeit besteht, dann wird das auch passieren. Ja. Ehe sowas in der Richtung. Deswegen, Mann. Ich glaube, wir sind schon ein bisschen stupid. Bist du deppert. Wir sind halt so viele Bots. Bro. Bots sind aber auch wichtig. Ich habe gelernt. Ja, das stimmt. Ohne Bots funktioniert nicht. Ich schwöre, das stimmt. Wie willst du sonst Quest holen? Ja. Boah. Wow. Weißt du, was ich meine? Boah, du hast recht eigentlich. Du musst dir einen Auftrag geben. Ich habe noch nie so drüber nachgedacht. Los, Held, geh und töte diesen Drachen. Okay, der Drache ist so DU-Student werden. Weißt du, was ich meine? Boah, stimmt eigentlich. Ja, Mann. Heißt, jetzt werde ich noch positiver durchs Leben gehen. Bro, ich sage dir ehrlich, Fitness ist wichtig. Gesunde Ernährung ist wichtig. Let's go. Passt auf euch auf. Let's fucking go. Ich habe vor eine halbe Stunde nur meine Fresse. Warte, wirst du das jetzt so lassen? Ich meine, ich will nur wissen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, es war schon interessant, was ich am Anfang gesagt habe. Ja, weißt du, was ich gesagt hätte? Ich würde einfach alles als Audiodatei hochladen bei Spotify und so und einfach erst ab da, wo es funktioniert und vielleicht einfach so sagen, hörst du, wenn ihr hören wollt, was wir eine halbe Stunde davor geredet haben? Hört es euch auf Spotify an? Vielleicht denken sich auch so Leute, hey, ich will wissen, was ihr davor geredet habt. Nein, aber das ist eine gute, schau, hey, wenn ihr davor hören wollt, was wir geredet haben, hört es euch auf Spotify an, die Audio davor. Ja. Auf YouTube kommt halt ab da wo. Ab da wo bei der Kamera. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Weil ich sage dir ehrlich, ich glaube halt, es würden dann weniger Leute schauen, wenn die erste Hälfte halt nur auf dich ist. Das war ja zum Beispiel, das war ja zum Beispiel bei Conor, war es so. Ja. Da ist das auch passiert, genau dasselbe anscheinend. Bam. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Weil es macht Tudung und anscheinend habe ich, aber wurscht, egal, egal, egal. Ab jetzt wird es schon gut gehen. Nein, aber das Lustige ist, dass es, es passiert so, wo ich mir denke, ah, ich habe extra aufgegeben. Weißt du, was ich meine? Wenn ich es so schnell, schnell mache, es passiert nie. Ich sage dir ehrlich, ich habe am Anfang darüber nachgedacht, dich zu fragen, ob es läuft, weil ich mir nicht sicher war. Ja. Weil auch die, es war so seitlich, ich weiß nicht, ob es absichtlich, dieses Ding seitlich war. Ich konnte es nicht gescheit sehen. Ich habe mir gedacht, es wird schon passen. Es wird schon passen. Er hat jetzt schon 19 gemacht. Er wird schon checken. Ich will jetzt nicht während dem Podcast reinreden. Ich habe jetzt drüber nachgedacht. Ich habe jetzt so, ich habe jetzt so 18 Folgen, 19 Folgen. Ja. Und ich denke mir so, boah, eigentlich urwenig. Und dann überlege ich so, es fühlt sich deshalb so wenig an, weil wir davor schon 100 gemacht haben. Ja, ja, ja. Aber wir haben das auch schon lange gemacht. Weißt du, was ich meine? Aber das ist so. Du bist aber schon fast dabei, heißt 20 Prozent, nicht wenig. 19, ja, jetzt habe ich, das ist die 20, nein, die 20 Folge habe ich schon aufgenommen. Bro, theoretisch bist du bei 30 Prozent. Ja. Weil 10 Folgen wurden nicht hochgeladen. Circa. Pipapo bestimmt. Weißt du, was ich mir letztens gedacht, weißt du, was ich letztens Jonathan gesagt habe? Was? Sobald du den ersten Boom hast, alle Folgen, wie wir gemacht haben. Alle. Scheiße, stark. Stark, oder? Sehr heftig. Das ist ja geil. Jonathan macht dich gefasst. Du bist gecancelt, Bruder. Heißt, verfolgst du irgendeinen, verfolgst du irgendeinen Sport zurzeit? Außer ehem. Verfolgst du irgendeine, oder nur so die Resultate? Nur ein paar gute Spiele. Ja, okay, okay. Aber eigentlich gar nicht, aber ich habe halt mitbekommen, LeBron James spielt jetzt bald mit seinem Sohn. Oh mein Gott. Das ist insane. Und ich habe beim Video gesehen, anscheinend soll er kein guter Basketballspieler sein. Bro. Und es geht wirklich nur um the vibe. Weißt du, weißt du, weißt du, weißt du, wie Bronny bei Gehaltsverhandlungen ist? Oder schau. Gibt es krankere Vibe als meine? Ich schwöre wirklich. Nein, aber ich habe mir diese ganzen NBA-Spieler, die halt auch so Podcasts haben und so, so Paul George, Gilbert Arenas und so was. Ich habe mir so ihre Sachen angehört und so, was ihre Meinung zu ihm ist und so. Sie waren alle so, ja, ist ein super Spieler. Für die NBA ist super. Ich denke mir so, und sie haben immer gesagt, für die NBA ist super. Für die NBA ist super. Und ich denke mir so, was heißt für die NBA ist super? Bro, ich habe ein Stat gesehen, wo einer gemeint hat, sagen wir mal, Bro, ich schwöre, es ist mehr als das, aber sagen wir mal, seit 2000 bis jetzt, wie viele Spieler so ähnliche Stats hatten wie er oder weniger? Drei. Mit ihm. So diese, also, also nein, in Second Round Pick, darum geht's. In Second Round Pick für diese Stats, die er hat, die letzten 20 Jahre wurden drei mit solchen Stats gepickt. Es ist einfach viel zu wenig. Keiner pickt eigentlich so einen Spieler. Bro, Typ hat der Herz, Herz irgendwas, Herzaneurysmen. Er hat der Herz. Ich will nicht lachen, aber so. Er hat irgendwas mit Herz. Ja. Bro, geschobene Partie, was soll ich sagen? Wenn, egal welcher Jugendliche, irgendwas mit dem Herz hat, in NBA Report steht, Bruder, der hatte was mit Herz, kein Team nimmt dich. Ja, ja, ja. Liability zu groß. Lakers denkt sich, Bruder, wir werden so viele Trikots verkaufen, du hast keine Ahnung. Sie werden halt mutet, Bro. Ja, ja. Das ist krasses Business. Ich habe eine Meinung halt gesehen, oder gehört, besser gesagt, die die Lakers Karten werden so ausverkauft werden, weil du weißt ja nicht, wann er mit seinem Sohn spielen wird. Und das erste Match, oh mein Gott. Aber Bro, ich muss trotzdem sagen, egal wie geschoben und alles es ist, es ist schon krank. Ja, ja. Dass ein Vater mit seinem Sohn bei den Lakers spielt, ist schon... Aber anscheinend gab es das schon mal beim Baseball und beim Eishockey. Wirklich? Eishockey gab es einen, der hat sogar mit beiden seinen Söhnen gespielt, aber der sein letztes Spiel, das war verrückt, hat er mit 51 gespielt. Der hat echt lange gespielt. Und dann gab es einen bei Baseball und der Unterschied bei denen war, die waren halt beide gut. Es gab so ein Clip, wo beide hintereinander Homerun geschossen haben. Vater und Sohn. Vater heißt er, boop, Homerun. Sohn kommt, boop, Homerun. Bist du... Das ist halt geil. Das ist echt geil. Weißt du, was eine gute Frage ist, auch was sie dort gestellt haben in diesem Podcast? Wie wird... Weil es ist ja im Basketball auch immer so, wo diese Stories, die man hört, die Rookies, die reinkommen, man behandelt sie wie die Scheiße und du bist mal kurz ein Schuchsel, bla 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 bla, Rechnung geht auf dich hin und her, die ist das. Wie werden die Leute LeBrons Sohn behandeln? Weißt du, was ich meine? Ich sag dir, ich glaube bestimmt nicht so wie alle anderen, weil ich bezweifle, dass LeBron so behandelt wurde, als er ein Rookie war. So viel hin ist so, Bruder, du bist mein Sohn. Mach dir keine Sorgen. Ja, aber das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Das denke ich mir. Aber glaubst du nicht, dass LeBron selber sagt, du bist mein Sohn. Ja, aber das ist halt nicht dieser Stress, den er braucht, glaube ich. Ja, ja. Er braucht so den, Bro, den Stress, den jeder hat. Eigentlich war es das Schlimmste, dass er, sie hätten ihn ein Jahr wohin schicken sollen. Bro, es ist funny, es ist falsch so. Mann, sein Sohn braucht sich sowieso nie Gedanken über Geld machen oder was auch immer. Bro, dass er Basketballer ist, überhaupt, Bro, das ist verfahren. Eigentlich. Der Typ könnte machen, was er will. Das ist true. Bro, der denkt sich, Mann, ich schwöre dir, sein Vater denkt sich so, Bro, mir ist dieser Titel scheißegal. Bro, fickt's euch alle. Ich spiele gerade Basketball einfach mit meinem Sohn und zufällig ist es in der NBA. Bro, aber sein zweiter Sohn ist ja auch da, weißt du, was ich meine? Der ist ja noch dazu größer als sein Bruder. Und der schaut auch wirklich aus wie ein Basketballer. Ich meine, dieser Brille ist schon ein bisschen goofy aus, aber sonst ist er eigentlich Basketballer so. Er ist eh verrückt. Und ich denke mir so, Bro, stell dir vor, er spielt dann so sein Vater Retired, bla bla bla, was auch immer und auf einmal kommt sein kleiner Bruder und spielt er mit seinem Bruder. Ich schwöre. Ehrlich, als ich wirklich auch diese LeBron-Sache gesehen habe, habe ich mir gedacht, boah, das, für mich ist schon leider zu spät, aber Bro, das weckt. Etwas, was man sich als Ziel nehmen könnte, wenn du so Sportler wärst. Weil das ist insane, man. Aber weißt du, was du halt machen musst? Du musst früh jobben. Ja, Bro, heutzutage die Fußballer, die halt wirklich Profis werden und so in guten Teams spielen, 1920, irgendeine Frau hat schon Jamal aus Spanien, der 16-Jährige. Welcher? Der 16-Jährige. Jamal, Jamal, Jamal. Warte, Basketballer, Fußballer? Nein, Fußballer, Fußballer. Wo spielt er? Spanien. Boah, keine Ahnung. Genau, Jamal vom GTA 5. Das ist mein Lieblings-Jamal. Heißt du überhaupt Jamal? Boah, ich hab keine Ahnung. Spanien. Ja, oh ja. Jamal. Jamal, Jamal. Der Typ. Ja, was mit ihm? 16 Jahre alt. Ja. Wenn er jetzt Job und Kind macht, sein Sohn könnte mit ihm spielen. Boah, theoretisch, ja. Weißt du, was ich meine? Das wäre krass. So, sag mal, sein Sohn wird, ja, 16 Jahre, Bruder, er ist 32, Bro, perfekt. Das wäre heftig. Perfekt, Bro. Sein Sohn kommt mit 16. Boah, 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 boah. Aber das Ding ist, wenn er 16 ist, wie alt soll seine Frau sein? Das ist scheißegal. Das ist scheißegal. Stimmt. Es wird sicher irgendeine, es werden sicher die ein oder andere Dame an ihm interessiert sein, wegen seines Ausseins und seines Charakters, Bro. Schaut dir witzig aus. Stimmt leibend. Six Five, Blue Eyes, Finance. Weißt du, was ich meine? Dieser. Bro. Diese Scheiße ist ja auch crazy, oder? Sie denkt sich eigentlich nur, Finance. Six Five. Nein, bei ihm nur. Achso, Finance. Sie so, Finance. Das war's. Auch gut, auch gut. Finance, Five Five. Bro, Nice, Bro. Egal, egal, eh gut, eh gut. Reicht, 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 reicht. Ja, Mann. Boah. Ah, Bro, Shoutout alle Chais in the club. Bro. G's down, hoes up, soll ich dir sagen? Ja, Mann. Ähm. Irgendwas sollte ich, ah, genau, Terrence Howard. Ja, boah, Herz, Bruder. An alle Peoples da draußen. Ich will kurz nur erklären für die Leute da draußen, die noch nicht gesehen haben. Joe Rogan hat einen Typen, der Schauspieler war und den Big Mamas House mitgespielt hat. Ja. Er ist auch bei Empire und so. Ja, ja, ja. Boys in the Hood. Boys in the Hood. Sehr guter Film, sehr guter Film. Auf jeden Fall, dieser Typ, der Schauspieler ist, ist auf einmal ärgste Genie-Lot seine Aussage geworden. Übrigens, weißt du, was das Witzige ist? Ich hab's in Jan Böhmer mal in einem Video gesehen. Und weißt du, wer sich als Genie immer bezeichnet? Wer? Männer, andere Männer, nicht Frauen. Stimmt eigentlich. Wenn ein Mann, so ein bisschen crazy, man sagt, bro, er ist ein Genie. Ja. Er ist einfach nur bomb zu. Can't you waste zum Beispiel. Genau. Ich denke, ich mach jetzt Pornoseite, davor hab ich Album über Gott gemacht. Ey, so ein Genie. Bro. Ah, okay, ich dachte, er ist einfach bomb zu. Schwer, manchmal check ich den Typen auch nicht. Ja, Bro, was ist immer, muss ich ihn eh nicht checken. Aber ja, Terrence Howard. Terrence Howard. Larence Warren. Larry Howard. Ich sag dir ehrlich, ich hab beim ersten Podcast nur Clips gesehen. Ja. Hab mir gedacht, okay, das reicht mir jetzt mal. Okay, ja, warte kurz, nur ganz kurz. Schaut euch einfach. Auf jeden Fall so. Du hast Clips gesehen. Ja. Hab mir gedacht, ich brauch mir jetzt nicht das Ganze anschauen. Ja. Das nächste, was ich sehen will, ist ihm mit irgendeinem, der sich auskennt. Weil mir bringt das genau nichts, wenn ich mir das anschaue. Ich werde nicht herausfinden, ob das stimmt, was er sagt oder nicht. So literally, es bringt sich nichts. Ich hab mir alle drei Stunden gegeben. Aber das Neue fand ich echt. Bro, da hab ich gecheckt, hey Larry, du hast keine Ahnung, wovon du redest. Aber gleichzeitig. Du bist sehr kreativ, du bist passionate, aber das, was du sagst, ergibt einfach keinen Sinn. Bro, gleichzeitig, gleichzeitig aber auch, hat er ihm bei ur vielen Sachen gesagt, Bro, das ist crazy. Das stimmt, das ist crazy. Du hast nur anders, weißt du, ja, aber ich glaub, das ist so auch. Du glaubst, das ist so nettigkeitmäßig. Bro, das ist ur falsch, weil Joe Rogan, der haben sich ja auch manchmal so angeschaut, diese Preise. Ja. Hast du diese Blicke gesehen? Die ganze Zeit, generell auch so, wirklich halt öfter seine Aussagen, sind so, du bist eigentlich ur dumm. So, Bro, ur süß. Ja. So, kannst du mir ein bisschen was geben, ich will mir zu Hause hinstellen. So, ich will nur verstehen, wie du draufgekommen bist. Du bist so dumm. Weil du denkst halt, anders als die anderen. Wo ich mir denk, Bro, sag einfach, du bist, du hast keine Ahnung, wovon du redest. Laue ist Bullshit, Mann. Und dann sagt er, ich mein das nicht böse, ich mein das nicht böse. Ich denk mir so, Bro, wie meinst du es dann? Ich check's auch nicht, Bro. Ist schön. Aber nein, ich bin echt froh, dass beide zufrieden, also beide sich dazu, Bro, beide einfach diesen Podcast gemacht haben. Ja. Weil er hätte ja auch sagen können, na, ich mach auch nichts. Schaust du generell Joe Rogan in letzter Zeit nicht so, nur so Special Episodes und sowas. Ich verfolge schon viel in letzter Zeit. Bro, der Typ, es fühlt sich so an, als seit er diesen Club hat und seit er in Austin ist, er arbeitet noch mehr. Er ist noch mehr da. Ich denk so, Bro, Typ ist 60 Jahre alt, Bro. Das ist verrückt. Das ist egal. Also er wird jetzt 60, oder? Really strong? Keine Ahnung, Bro. Really strong. Alter Mann. Aber Bro, wie er ausschaut? Ich sag 56. Nein, 57. 57? 56. Bro, er schaut halt aus wie eine Maschine, Bro, er wäre doch ein Meathead, Bro, bist du der Testokopf, sein Vater. Wirklich, Mann. So. Aber ich find's auch leider, er sagt, das ist nicht mehr Testo. Es hat sich echt normalisiert heutzutage, so bei alten Leuten. Und die sehen das nicht einmal als Steroide. Nein, ist das so, Bro, ich brauch das. Nein, das TRT, das ist nicht Testo oder Steroide. Nein, Bro, das ist genau das. Ich schweig, ich check's nicht. Ich brauch das. Ist das normal, Bro? Aber ich sag dir ehrlich, ich hab 45, ich baller mir auch Testo. Ja, kann ich jetzt nicht sagen. Bro, ich sag's dir nicht. Ich glaub nicht. Weißt du so, weil er hat gesagt, in meinem Podcast, dass ab da Testosteron abgebaut wird. Ja, aber weißt du, ich hab mal einen Vergleich gehört, wo einer gemeint hat, so, wenn du jung bist, es ist, bei beiden ist es, du solltest das nicht machen, aber wenn du jung bist, ist so, ja okay, so Bro, du willst halt cool sein, was auch immer. Du bist wenigstens noch jung und halbwegs gesund, dass du noch damit klarkommst, wenn du irgendwann aufhörst. Steroide, komplett. Im Vergleich zu, wenn du alt bist, ist so, Bro, du bist schon alt, so. Das schadet dir nur noch mehr. Und das so verglichen mit, wie wenn einer jetzt beginnt, Auto zu fahren und jetzt auf einmal zu racen. So Bro, wenn du jung bist, auch nicht gut. Aber so Bro, okay, du bist jung, mach dein Ding voll. Aber je älter du wirst, so Bro, willst du jetzt dein Leben ficken? Also ja, jetzt ist es richtig. Aber das ist halt dasselbe mit Steroide. So, beides ist halt nicht gut. Und ich weiß nicht, das ist schon echt normal geworden für wirklich alte Leute. Es ist wirklich normal geworden. urviele nehmen es jetzt. Ja, Bro, bei mir im Fitnesscenter, alle alten, älteren haben, sind full. Das ist verrückt. Und ich denke mir so, bam, euch ist scheißegal. Ja. Na, ich glaube nicht, dass ich es machen würde. Glaubst du, ich habe mal so ein Ding gelesen, so ein Ding. Nicht heimlich, full oft hast du gerade. Findest du das, findest du das, dadurch, dass wir länger leben, automatisch dadurch, dass wir mehr wissen über Gesundheit und blablabla, was die nicht rauchen, keine süßen Sachen trinken, was auch immer es alles ist, durch diese ganzen Sachen, die wir wissen, was wir zu uns nehmen, was die hin und her, dass das Leben generell eigentlich jetzt für uns selber ganz anders wird, als für unsere Großeltern. Weil wir haben, ich habe immer das Gefühl, dass ab 50, so Leute ab 50, sind so, bah, ich geh mal hier, ich bin kurz vorm Verreckend, aber ich weiß, was ich meine. Und heutzutage ist aber schon so, dass so 50-Jährige sind so, sind da und gar nicht so diese, sie gehen Fußball spielen, sie machen dies, blablabla und gar nicht so kaputt, wie man glaubt, so, einfach weil unsere, das ist auch nicht jeder so, aber du siehst da, aber durch dieses Fitness-Ding, ändert sich ja uuuhviel und eigentlich, rein theoretisch, verstehe ich, wenn man das Pensionsalter und so anhebt. Achso, das weißt du, ja. Ich check's schon ein bisschen. Nee, aber mit AI und so, Bro, eigentlich keiner muss arbeiten. Nicht keiner, aber man muss viel weniger arbeiten. So, Bro, ich schwöre dir, 50% der Arbeit ist Bullshit, die gemacht wird, so literally Bullshit. Die kann wegprogrammiert werden, sozusagen. Oder generell, so manche machen ja extra Arbeit. So, Chef glaubt, deine Arbeit braucht zwei Stunden, nein, Gegenteil, aber du, Chef glaubt, du brauchst sechs Stunden in Wirklichkeit, nach einer halben Stunde bist du fertig. Du hast ihn einfach nur super, keine Ahnung, gebrainwashed oder gegaslighted, dass du ihm einfach glauben lässt, so hey, das ist viel Arbeit. Glaubst du, vier Tage Arbeit in der Woche reichen? Vier Tage Woche. Boah, ich hoffe. Bro, nein, weil ich habe mit Moe drüber geredet und wir sind eigentlich so nicht ins Schluss gekommen, vier Tage, sechs Stunden ist vollkommen ausreichend. Could be. Ich glaube, theoretisch schon. Weißt du, was ich meine? Wie du sagst, Bro, ganz ehrlich, jede Arbeit, die man erledigen kann, die man erledigt in zwei Stunden, kann eigentlich in einer Stunde erledigt werden. Meistens ist es ja nur so, es soll einfach alles viel schneller passieren. Genau. Sie wollen einfach nur Schnelligkeit. Ja, ja. Und weil sie damit dann mehr Geld machen. Weil Zeit ist Geld. Ja. Weil jetzt, ich denke jetzt zum Beispiel gerade an so Spieleprogrammierer, weil die sind bekannt dafür, dass die literally keine Pausen haben und keine Freizeit. So, wenn ein Spiel rauskommt, Bro, es ist so Culture von denen, Bruder, du wirst eine Woche, jetzt einen Monat lang, Bro, du wirst deine Familie jetzt nicht mehr sehen, wir sind deine Familie. Liebe mich. Ja. So, Bro, bis Spiel released ist, wir sind am Programmieren. Ganze Zeit. Und das wird halt auch von dir erwartet. Und ich denke mir so, ja, eigentlich, weißt du, es muss nicht so auf Zwang sein. Ja, ja. So, theoretisch, es kann auch einfach sechs Monate später rauskommen. Aber, ja, alle wollen halt alles ASAP haben. Deswegen. Ich weiß, Leute sind, glaube ich, ungeduldig einfach geworden. Obwohl, nein, ich weiß, sie wollen einfach Cash haben, sie wissen, Zeit ist Geld. Je schneller ich das hinkriege, desto mehr Cash mache ich. Ja. Bro, es ist so frustrierend geworden eigentlich. Weißt du, was mir, wie du sagst, Bro, früher auch, wenn ich so drüber nachdenke, Leute sind so zur Arbeit gegangen, sie haben so eine Sache gemacht, den ganzen Tag, so, ich mache jetzt das, dann mache ich das, dann mache ich Pause. Weißt du, es war so entspannt, es war noch nicht global, Bro, du musst jetzt noch nicht nach China telefonieren, ob das funktioniert, kannst du mir das schicken aus Japan, kannst du mir das, weißt du, weißt du, was ich meine? Kurz call center in Indien. Weißt du, was ich meine? Ja. So, es war nicht so rasch alles, Bro, warte, ich schicke mal einen Fax. Du schickst Fax, es kommt an, es dauert mal drei, vier Tage, bis der mal antwortet, Bro, dies, das, Brief oder sowas, die schicken. So, jetzt, schreibt denen, es funktioniert nicht, es muss jetzt erledigt werden, schick das, es ist alles so viel schneller geworden und AI würde da viel abnehmen, so. Das Problem wird nur, wie nutzlos werden sich dann die Menschen fühlen, teilweise. Das ist halt krass. Da müssen wir alle Podcast machen. Kurschen kommt alle Podcast. Let's go. Skur, skur. Gute motherfucking Pau. Gute Nacht.